Anstrengender Tag heute, ne? Ich saß heute. Shit, Digga. Digga! Ich hatte... Sieht man das? Ich hatte Plastik in meinem Salat. Digga! BDF! Also das war's ja komplett, man. Pal World! Pal World! Woo! Habt ihr Bock? Wir sind da, wo wir aufgehört haben. Level 8. Ähm, wir wollten den zerkleinerer bauen, richtig? Habe ich freigeschaltet? Easy. Man, da machen die einmal ein Update und das Spiel läuft nicht mehr gut. So, mein PC klingt auf jeden Fall, wird er gleich komplett in die Luft fliegen. Ähm. Ähm, ist unser Händler jetzt leider weg? Naja, Frick. So, wir schauen mal, wo bauen wir den zerkleinerer mal? Wir bauen den mal hier so ein. Ist zwar schräg. God, who's counting? Gehen wir mal hier hin? Dann gehen wir mal nach oben. Ich will mal hier so auf die Insignen gehen. Oh, was geht hier ab? Oh, warte mal, wir müssen mal ganz kurz uns fokussieren. Der Elch fetzt die hier. Ich will auch nicht den Elch treffen. Der Elch. Der Elch. Junge, ich... Nice, Alter, One-Shot. Oh, da ist einer noch. Bam, schade. Oh, okay, okay, ihr regelt das, ihr regelt das, ihr macht das, ne? Nice, der Elch und ich, Alter, wir sind so. So, jetzt kriegen wir hier ein Pokémon raus. Nice. Floppy. Ich will definitiv erstmal zweistelliges Level werden, bevor ich ein so ein Ding oder ein so ein Ding fange. Ich habe irgendwie Angst, dass die mich One-Shotten oder so. Oh, ein Dungeon. Den können wir auch noch nicht rein. Level 13, der Boss träume ich auch noch nicht. Da will ich erst so ein OP-Pokémon haben. Und ich glaube, dieses Fliegen-Ding, das Ding, das fliegen kann, das soll richtig OP sein. Ich habe mich ein bisschen, wie gesagt, informiert. Ich habe ein Pokémon mit über 200k Leben. Digga, ich glaube, du hast kein Leben. Halt dein Maul. Der End-Boss. Welcher fucking End-Boss? Digga, als ob du... Das Spiel ist eine Woche oder so draußen. Und du hast das Spiel durchgespielt. Ja, nice one, Digga. Nice. Jawoll. Level 10. Wooo. E-Zips-Check, bitte siehst du nicht. Mit dem Pull-Di-An. Und ich werde mich nicht ausziehen für dich. Das kostet extra. Hm, diese Elche sind wirklich... Ah, wobei, den Level 8, da könnten wir versuchen, aber der andere greift mir dann safe auch an. Im Content. What the fuck is up, Kyle? No, what did you say? What the fuck is up? Yo, mein Gott, Digga. Oh, mein Gott, Digga. Fox, nein. Foxy! Na! Oh, mein Gott! Ich habe keine Pfeile mehr oder was? Ich habe keine Pfeile mehr! Das war schlecht. Bam! 13% Chance. Komm schon. Bitte, gönn. Gönn. Oh, mein Gott. Nein! Nein! Digga. Was für... Du musst mehr Wursten. Was willst du von mir? Hilf mir, meine Pals, wenn ich die jetzt im Lager angreife. Nein, ich will sie nicht. Ich bin von einer Megasphäre. Ich habe keine... Ah! Oh! Nein! Ich habe jetzt gewastet wegen dir! Nein! 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 Was ist das denn für ein Name für einen fucking Pal? Fuck! Hallo? Ich darf nicht schlagen! Nein! Ich habe keine Energie! Hä? Warum black meine Energie nicht? Ich bagge komplett! Hier, den will ich später haben. So einen. Der hat eine AK und ich habe einen Baseballschläger. Und Pikachu! Wir befreien Pikachu! Level 5 war Sparkle. Ja, das geht auch. Okay. Ich bin so platzspannend wie möglich hier ran. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir dann diese Rollen auch hinbauen können. Weil wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Also, dies ist ja fürchterlich. Hier wird es besser, aber nach da oben hin. Alter Scheiße! Nein! Nein! Fuck! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Und hier passt es hin, oder wie? Kann ich da nicht ernst sein, der Geist. 26, wo bin ich denn gelandet? Level 23? Okay, ganz falsche Ecke, Jungs. Abfahrt. Weg. Backwards. Rückzug. Ombre, wo? Ah, da! Yo! Level 12, heiliger Scheiße, ist das OP! Ich bin Level 10! Das kriege ich niemals hin! Für den Content! Riii! Oh! Damn! Und diesen Fliegerangriff meinte ich, by the way. Oh, mein Gott! Brauchte ich! Okay, nice! Bleib drin, bitte! Ja! Let's go! Let's go! Wichtig! Das stärkste Pokémon! Stand jetzt, finde ich. Video Clickbait. Der stärkste Palinpile World. Wir haben das Video, Leute. Das stärkste Pokémon, Alter. In Palinpile World. So, meine lieben Freunde. Das soll es dann auch gewesen sein mit der heutigen Folge Palinpile World. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, Kommentare, wie letztes Mal auch. Bitte wieder Tipps und Tricks in die Comments schreiben. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, auf Twitch stream ich den ganzen Shit hier. Also wenn ihr live dabei sein wollt, wie das alles passiert, geht auf Twitch. Link ist in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis haut, Leute. Ciao. 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 Vielen Dank.